Hi Leute und willkommen einfach jetzt mal zum Video und zwar habe ich bemerkt, ich habe jetzt auf meinen Browser geklickt dann habe ich da gesehen, aha, einen neuen Button, der sieht nicht mal so schlecht aus nun habe ich auf diesen Button mal geklickt, und zwar jetzt natürlich von YouTube und sah dafür ein neues Design ok, hat mich auf jeden Fall überrascht ich fand es schon gut, als Allerangene fand ich das super sogar aber dann, ich konnte mich einfach nicht eingewöhnen und, ähm, naja, fand das Alte doch eben besser mhm, ja und wenn wir jetzt mal hier dann meinen Kanal klicken so und, ähm, ja jetzt sehen wir hier es ist alles gleich geblieben im Kanal, aber doch kann man zum Testen das neue Design, Kanal Designs, ähm, hier klicken habe ich darauf geklickt oh, neue Übersicht, aber doch, dieses Design ist weg einfach, mein Design ist weg und ich denke, das bringt so lange für niemanden Spaß, so lange man sein eigenes Modul-Design nicht machen kann eigentlich sind auch jetzt die Ränder hier bei mir, aber, da mein Bildschirm jetzt so anders per Auflösung ist, kann man ja nichts machen und das sieht irgendwie nicht so gut aus ne, das Alte hat mir auf jeden Fall besser gefallen und, ähm deswegen mache ich das jetzt nochmal zurück auf Kanal bearbeiten hier wird nun mal alles erklärt das ist auch sehr gut, man kann es sogar hier verschieben das ist wirklich sehr gut dass man das verschieben kann und alles erklärt wird trotzdem will ich zurück zum alten Kanal Design und das passt schon viel besser naja, ähm früher war das sogar in YouTube so, dass es mit, mit, also, dass man mit Sterne bewerten konnte ich denke, sogar mit den Sternen war das auch noch, immer noch viel besser für mich und, ähm naja, mit Daumen hoch, Daumen runter, ich habe mich daran gewöhnt ähm ja, habe ich mich recht gewohnt und ich hoffe, dass ich mich auch auf diesen Design hier gerne angewöhnen kann, denn auch wenn man sich abmeldet oder überhaupt gar keinen YouTube-Kanal hat merkt man hier, ähm es ist immer noch so anders ähm ja, okay, über das neue Design ähm bla 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 ja, das sehe ich mir später noch an Feedback geben Zeit anlösiert, bitte warten ja, markieren das Problem und so weiter ist auch sehr gut aber, ähm, ich mag das einfach nicht, dieses Design ne und, ähm, sag mal einfach euren eure Meinung ihr müsst ja nicht die gleiche Meinung wie ich haben ihr könnt doch sagen, ich mag dieses Kanal äh, ich verstehe nicht, warum du das nicht so magst naja okay, und, ähm ja, das war's auch, ich will nicht lang quatschen was ich eigentlich schon gemacht habe, drei Minuten ja, es geht ähm, yo das war's auch und und bis zum nächsten Video halt bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video